Moin moin, meine lieben Serienfreunde. Nachdem ich mir Der Schwarm angeschaut habe und dachte, hu, wo sind die 40 Millionen hin, dachte ich mir, ich könnte mich ja mal wieder so ein bisschen in der ARD- und ZDF-Mediathek so wie bei Arte umschauen und habe mir in den vergangenen Wochen die ein oder andere Serie dort angeschaut. Und ein paar davon möchte ich euch heute hier in diesem Video empfehlen. Und ich weiß, viele meckern über ARD, ZDF, aber ich muss sagen, wenn wir eh schon dafür Geld zahlen, dann sollten wir da vielleicht auch mal reinschauen. Und auch wenn die meisten Serien keine 40 Millionen wie Der Schwarm gekostet haben, sind da doch ein paar gute dabei. Und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Also, seid gespannt, los geht's. Ja, meine lieben Serienfreunde, wir legen los und zwar mit zwei Serien der ARD, die dort in der Mediathek zu finden sind, beziehungsweise eigentlich ist nur eine dort zu finden. Die erste nicht. Aber das liegt ja daran, dass ARD immer wieder alles rausnehmen muss nach einer gewissen Zeit. Dann dürfen sie es irgendwann wieder reinmachen. Pipapo. Irgendwann wird auf jeden Fall wieder die Glücksspieler dort zu streamen sein. Ich verlinke euch das Ganze auf jeden Fall unten. Dann habt ihr es schon mal und müsst nur warten, bis es wieder online ist. Die Glücksspieler ist eine Miniserie, wo es letztendlich um drei fremde Menschen geht, die jeweils in Partnerschaften sind, die alle irgendwie ein bisschen unglücklich sind wegen ihrem Alltag. Ich meine Familie, Beruf und so. Das ist schon anstrengend. Und dann taucht ein Fremder auf und sagt, pass mal auf, eine Million und ein Jahr Zeit, um glücklich zu werden. Das Ding ist, ihr dürft euren Partner, Partnerin nichts davon erzählen. Ja, mit dabei unter anderem Echo Fresh. Für mich auf jeden Fall eine Serie, die so ein bisschen aufzeigt, worum geht es eigentlich im Leben und deshalb hier mal empfohlen, die Glücksspieler. Sind die zwei irgendwie Komiker oder sowas? Wir sind keine Komiker. Ich nehme an, die Summe ist nicht verhandelbar. Nein. Die andere Serie, die ihr in der ARD-Mediathek aktuell finden könnt, ist Asbest. Ebenfalls eine Miniserie, die uns von einem 19-Jährigen erzählt, der, sagen wir, nicht ganz selbstverschuldet ins Gefängnis kommt. Und das für neun Jahre. Er wollte eigentlich Profifußballer werden und muss sich nun mit dem Knastalltag auseinandersetzen und findet sich natürlich in einer sehr, sehr brutalen Welt wieder, wo Männer ihm sagen wollen, was er zu tun hat und er sich versucht durchzusetzen, während er auch im Knast Fußball spielt. Eine Serie, die definitiv unter die Haut geht und einige Themen aufwirft, die ich doch recht interessant fand. Und ja, auch Asbest, muss ich sagen, ist für ne deutsche Serie gut, gut umgesetzt. Asbest, definitiv mal anschauen, wer so ein bisschen auf diese, diese knallharten Knastgeschichten steht. Die dritte Serienempfehlung für heute nennt sich The Newsreader und ist ne australische Serie, die hierzulande bei Arte in der Mediathek findet. Die Serie, wo gerade ne zweite Staffel zu entsteht, erzählt uns letztendlich von einer News-Sendung aus den 80er Jahren, wo ein alter News-Anchor immer, ja, so ein bisschen der Star der Sendung sein möchte, während seine Kollegin, gespielt von Anna Torf, ja, gerne der Star wäre, aber eher wie ne Frau eben meist in den 80er Jahren behandelt wurde, behandelt wird. Doch dann kommt irgendwie ihre Chance, während sie sich mit ihrem Producer einlässt, gespielt von Sam Reed, die beide irgendwie eine sehr komische Beziehung führen, während der eine etwas anderes will als die andere. The Newsreader wurde einst mal so ein bisschen mit The Newsroom von HBO verglichen, wobei ich sagen muss, hier kommt überhaupt nicht derselbe Charme auf. Es ist trotzdem eine interessante Serie, die versucht, damalige Newsfälle, also Momente der echten Geschichte, mit der Arbeit einer Newsredaktion zu vereinen, wobei es hier alles viel, viel düsterer zugeht, als das, was man aus The Newsroom kennt. Also, The Newsroom ist definitiv nicht mit The Newsreader zu vergleichen, meines Erachtens nur, weil es dieselbe Szenerie ist, aber The Newsreader ist trotzdem eine interessante Dramaserie über eine Frau in den 80ern, die irgendwie versucht, sich durchzusetzen und einen Mann, der irgendwie an ihrer Seite steht und doch was anderes will. Ich kann die Serie nicht richtig erklären, ohne zu spoilern. Naja, The Newsreader auf jeden Fall eine spannende Serie, vor allem, wenn man auch auf dieses Hinter den Kulissen steht, also worauf ich stehe oft. Und damit wandern wir auch schon weiter in die ZDF-Mediathek und alle folgenden Serienempfehlungen bis zum Schluss könnt ihr dort streamen. Wir beginnen mit L'Opera, Dancing in Paris, ist eine Serie, die uns mit an ein Opernhaus in Paris nimmt, wo im Grunde junge Damen versuchen, im Ballett ganz nach oben zu kommen. Während die einen typische Ensemble-Tänzerin sind, ist die andere eine prima Ballerina, die versucht, ihren Status zu erhalten, während der neue Zuständige eigentlich will, dass die mittlerweile nicht mehr ganz so taugliche Ballerina verschwindet. Während wiederum eine Ersatz-Tänzerin auftaucht, die ebenfalls versucht, irgendwie wahr und angenommen zu werden und irgendwie eben ins Ensemble grundsätzlich zu kommen. Mit L'Opera bekommt ihr eine Serie, die sehr französisch inszeniert ist so einen ganz typischen französischen Kamerastil hat und Feel und Look, wo letztendlich uns das Leben von Ballerinas erzählt wird, welchen harten Job die denn eigentlich haben, um irgendwie zu überleben und wahrgenommen zu werden. Für mich auf jeden Fall eine Serie, die sehr viel Spaß gemacht hat, aber auch jede Menge Drama liefert. L'Opera, Staffel 1 in ZDF. Getanzt wird auch in der deutschen Serie Der Palast. Jene Serie habe ich euch bereits einmal empfohlen und zwar in einem typischen Serientipp-Video, aber da wir jetzt hier ausschließlich über die Mediatheken sprechen, möchte ich sie hier auch nochmal erwähnen. Denn Der Palast ist eine Serie, die so ein bisschen diesen DDR-Charme und die damalige Zeit zurückbringt. Denn Der Palast erzählt letztendlich vom Jahr 1988, wo eine Frau, gespielt von Svenja Jung, im Friedrichstadtpalast eine der großen Tänzerin ist und dann zum großen Jubiläum natürlich auch wieder auf der Bühne steht, als sie mitten im Publikum eine Frau entdeckt, die genauso aussieht wie sie selbst. Und genauso entdeckt die Frau, die im Publikum sitzt, eine Frau auf der Bühne, die genauso aussieht wie sie selbst. Zwei Frauen treffen aufeinander, die sie sich nicht kennen und doch genauso aussehen, denn sie sind Zwillingsschwestern, die einst getrennt wurden. Während die eine im Osten aufgewachsen ist, ist die andere im Westen aufgewachsen. Und so versuchen sie sich nun beide anzunähern, während beide auch die Vorzüge der jeweils anderen Welt kennenlernen. Ein meines Erachtens schönes Drama, was teilweise zwar ein bisschen oberflächlich bleibt und doch so ein bisschen den Ost-West-Konflikt der damaligen Bevölkerung aufzeigt. Der Palast definitiv zu empfehlen. Auch Another Monday habe ich euch schon mal vorgestellt. Eine Serie unter anderem mit Susanne Bormann und Ben Münchow in den Hauptrollen. In der Serie selbst geht es letztendlich so ein bisschen um das Konzept Täglich grüßt das Murmeltier, allerdings ein bisschen ausgeweitet als das, was wir bisher so erlebt haben. Denn in Another Monday erlebt eine Ehefrau plötzlich denselben Tag immer und immer wieder. Immer wieder den Montag. Bis sie entdeckt, dass auch jemand anderes, der Patient ihres Mannes, in dieser Zeitschleife steckt. Und nicht nur er, sondern immer mehr Menschen. Und sich die Frage stellt, befinden sie sich in einer Zeitschleife oder aber die Menschen um sich herum. Für mich ist Another Monday auf jeden Fall eine erfrischende Zeitreiseserie gewesen, wenn man von Zeitreiseserie sprechen kann. Eine Serie auf jeden Fall, die so ein bisschen mal dieses Konzept aushebelt und andere Fragen aufwirft. Natürlich im Budgetrahmen vom ZDF Neo. In der ZDF Mediathek könnt ihr aktuell aber auch das neue Neo Original Like a Loser streamen. Das ist eine neue Comedy-Serie mit meines Erachtens nach einer sehr emotionalen Ebene. Like a Loser erzählt uns nämlich von einem Loser, gespielt von Ben Münchow, der Großmusikkarriere machen wollte, doch nun mit seinen 30 wieder in die Heimat zurückkehrt und bei Mami einzieht. Ja, er ist pleite und trifft in der Heimat dann auch noch auf seine Ex, die ihn einst im Teenager-Alter verlassen hat. Und erfährt dann auch noch, dass er von ihr einen Sohn hat, der jetzt auch Teenager ist. Ja, der Loser muss also mit seinem Loser-Sohn irgendwie klarkommen. Und dadurch tritt er in jede Menge Fettnäpfchen, in jedes Fettnäpfchen, was ihr euch eigentlich in solchen Situationen vorstellen könnt. Und auch wenn die Prämisse keine neue ist, muss man sagen, oder muss ich sagen, dass man hier etwas Neues erschaffen hat. Etwas, was einen guten Humor bringt, aber eben auch in den richtigen Momenten die perfekte, fast schon perfekte emotionale Ebene liefert. Eine emotionale Ebene, die eben sehr menschlich erscheint. Und das schafft Ben Münchow sehr gut zu kommunizieren. Er schafft es, den Wechsel hinzubekommen zwischen diesem tollpatschigen Loser und dem Typen, der eigentlich endlich aus seiner Schublade heraus will, die ihn andere gesteckt haben. Und das macht unglaublich Spaß, rührt aber auch definitiv. Like a Loser, definitiv eine Serienempfehlung aktuell in der ZDF-Mediathek. Ich weiß einfach nicht, wo das geht mit dem Vater sein. Okay, mir fehlen da 15 Jahre. Guck mal, ich wollte heute einfach nur einmal alles richtig lücken. Du machst immer alles falsch. Ich hab das Gras vergessen. Humoristisch, aber auch Drama und Actionreich wird's mit der Krimiserie The Mallorca Files. Das ist eine deutsch-britische Koproduktion, die mittlerweile bereits zwei Staffeln hervorgebracht hat. Und ihr beide Staffeln aktuell in der ZDF-Mediathek schauen könnt. In der Serie geht's letztendlich um eine britische Ermittlerin, die auf Mallorca, auf einen deutschen Ermittler trifft, als sie eigentlich jemanden überführen sollen, einen Kronzeugen. Der verschwindet aber, es geht alles schief und fortan wird bestimmt, die beiden sollen im Fall zusammen ermitteln und treffen eben auch in der zweiten Staffel erneut aufeinander. The Mallorca Files ist so eine typische Ermittler-Comedy mit zwei ungleichen Ermittlern, wo sie dann irgendwie aber auch auf ihnen steht und beide irgendwie so klischeehaft besetzt sind und dadurch aber, ja, eine gute Mischung entsteht, die man sich gut anschauen kann. Denn The Mallorca Files, auch wenn's so klingt, ist keine RTL-Serie, auch wenn bestimmte Momente so wirken und dennoch durch das ZDF beziehungsweise durch die öffentlich-rechtliche Mitwirkung ein bisschen bodenständiger geblieben ist. Auf jeden Fall für mich eine Empfehlung wert und so auch der nächste Tipp. The Tourist ist eine internationale Koproduktion, wo unter anderem eben das ZDF beteiligt war, aber federführend vor allem die BBC. Die Serie The Tourist nimmt uns mit ins Outback, wo ein Mann, gespielt von Jamie Dornan, ja, ohne Erinnerung in einem Krankenhaus aufwacht und nun versuchen will, herauszufinden, wer er ist und was er hier zu suchen hat. Und dabei trifft er auf Leute, die sagen, sie kennen ihn nicht oder aber sie sagen, sie kennen ihn. Und er muss herausfinden, wer lügt und wer die Wahrheit spricht, während er eben auch herausfinden muss, wer er eigentlich selbst ist. Für mich ein sehr ruhig erzähltes Thriller-Drama, wo Jamie Dornan wirklich glänzt. Auch wenn es sehr langatmig erzählt ist, muss ich sagen, hat mir die Serie Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf die zweite Staffel, die in diesem Jahr in Produktion geht. Entweder habe ich irres Pech oder jemand will mich umbringen. Ich denke, es ist verdammt irres Pech, wenn jemand dich umbringen will. Ist was dran. Und damit kommen wir auch zur letzten Empfehlung für heute. Und da muss ich sagen, diese letzte Serie hat mich wirklich umgehauen. Völlig überrascht. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe in den vergangenen Wochen jede Menge Serien in den deutschen Mediatheken geschaut und ganz auf den Kopf geschüttelt. Und außer bei Gestern waren wir noch Kinder. Eine Serie, die mir selbst empfohlen wurde und ich sehr, sehr skeptisch war. Vor allem auch, weil eine der Hauptdarstellerinnen Julia Beautix ist. Eine vor allem als Creatorin bekannte Schauspielerin, wo ich wirklich Vorurteile hatte. Ich hatte sie schon mal bei der einen oder anderen Produktion gesehen, aber ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie eine ganze Serie tragen könnte. Doch sie hat es getan. Gestern waren wir noch Kinder, ist ein Thriller-Drama, welches davon handelt, dass ein Familienvater von drei Kindern seine Ehefrau umbringt. Selbst die Polizei ruft, selbst sagt, er ist schuldig. Und seine älteste Tochter nun versucht irgendwie herauszufinden, was ist vorgefallen, während sie das Ganze verarbeitet und versucht, ihre beiden kleinen Geschwister zu sich zu holen. Und dabei aber selbst in eine sehr gefährliche Situation geriet, die eine andere Person mit involviert. Gestern waren wir noch Kinder, ist ein Thriller-Drama, was natürlich auch typisch deutsche Elemente mit sich bringt, aber allen voran eine gut geschriebene Handlung, die wirklich grandios umgesetzt wurde, vor allem aber auch spannend umgesetzt wurde. Und das alles durch einen wirklich gelungenen Cast. Mit dabei Julia Beautix allen voran, mit Torben Liebrecht, der ihren Vater spielt. Damian Hardung, der die jüngere Version des Vaters spielt, wo man uns nämlich Rückblicke zeigt, wie damals alles anfing. Und dann aber auch zum Beispiel Julius Nitschkoff, der hier einen Polizisten spielt, der aber wichtig für die Story ist. Die Story, die uns in eine Geschichte hineinzieht, die nicht nur in der Gegenwart spielt, sondern auch in der Vergangenheit und viel mit Schuld zu tun hat. Wo viele Fragen offen sind und keiner sie so richtig beantworten will und wir Stück für Stück hineingerissen werden, um zu erfahren, warum das eine zu dem anderen erst gekommen ist. Ohne Mist, gestern waren wir noch Kinder, eine überraschend gute Serie, die ihr in der ZDF-Mediathek schauen könnt. Habt ihr sie schon geschaut oder eine Serie, die ich bisher genannt habe? Schreibt mal gerne eure Meinung unten rein oder werdet ihr euch jetzt vielleicht sogar die ein oder andere Serie anschauen? Alles gerne mal in die Kommentare schreiben. Das war es mit meinem Video für heute. Bis dahin. Cheerio. Bis dahin.